Herzlich willkommen zum 11. Video der Laptop Lifestyle Serie hier auf meinem YouTube-Kanal. In dieser Folge geht es nun um die Vorschau auf das DNX Global Event nächste Woche, zu dem ich nach Lissabon wieder fliege. Los geht's! Genau, kurz zu meinem Reise-Update. Also ich fliege am Montag wieder nach Lissabon. Die Konferenz ist dann am Wochenende, am 9. und 10. September. Und davor sind schon ein paar Pre-Events, ein paar Veranstaltungen, wo man einige von den Leuten, die ich zum Teil auch schon kenne, dort wieder treffe in Lissabon. Und ich wohne dann in der Zeit in einem Haus, gemeinsam mit, ich glaube, wir sind 20 andere digitale Nomaden. Und genau, das ist ziemlich in Lissabon, auch gar nicht so weit weg vom Konferenzveranstaltungsort dann. Damit du dir jetzt auch mal vorstellen kannst, für was diese Konferenz eigentlich ist und was da eigentlich los ist, möchte ich dir mal einen kurzen Überblick, eine Vorschau geben, was ich so erwarte, was dort alles auf mich zukommt. Grundsätzlich geht die Konferenz, die DNX-Konferenz, vom Thema her um ortsunabhängigen Lifestyle, ortsunabhängig Arbeiten. Also genau die Themen, die mich jetzt im Moment eigentlich ansprechen, bei denen ich mittendrin stecke. Und genau, deswegen ist es für mich aktuell eine sehr gute Inspiration, Motivation und auch ein sehr guter Austausch mit anderen, die eben das Gleiche machen, was ich im Moment vorhabe. Und dort wird es dann 10 Vorträge und 20 Workshops und Mastermind-Runden geben, in denen man, ja, in denen einfach der Austausch zwischen diesen like-minded people herrscht. Ich glaube, da kann man für sich persönlich einiges mitnehmen und auch von anderen wieder was dazulernen, wie die sich so positionieren und was sie machen. Aber die Konferenz geht nicht nur um Business, es geht auch darum, um Persönlichkeit und um den Ansatz, dass man der Welt etwas zurückgibt. Das heißt, dieser soziale Gedanke ist auch im Fokus von der Konferenz und von dem ganzen Thema. Und genau, darum würden dann auch einige Vorträge gehen. Wenn du da ein bisschen näher mit dabei sein willst, dann folg mir doch auf Instagram. Ich verlinke das alles mal hier unten drunter. Und genau, da poste ich in meinen Instagram-Stories regelmäßig, wie es dort ist und was ich dann jeden Tag dort erlebe. So viel für heute, für dieses Video. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was diese Konferenz für eine Message hat. Und genau, schau dich gerne auch mal auf der Webseite von Dino, wenn dich das interessiert. Ich, ja, werde dir erzählen, wie es war. Bis dahin, mach's gut. Ciao, dein Jan. Ciao, dein Jan.